Musik War ein interessantes Angebot mit dem Klassik-Meets-Fetisch und das haben wir gerne angenommen, einfach mal was anderes zu sehen. Musik verbindet die Menschen, Fetisch-Kleidung verbinden auch die Menschen und deswegen glaube ich, dass sie sehr gut zueinander passen. Nein, es ist keine religiöse Veranstaltung. Also alle Leute sind willkommen, ob sie religiös sind oder nicht, ob sie einer Kirche oder einer Legion gehören oder nicht. Oder der geht nie da rein, sonst wäre der Name. Applaus 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 Applaus